Oh Gott, ich habe gerade eine Wespe auf meiner Hand sitzen und mache trotzdem dieses Video. Auf jeden Fall... Es ist gerade vor die Linse geschwirrt. Okay, auf jeden Fall wollte ich euch noch mal ganz kurz die Frage beantworten, weil die nochmal aufkam und zwar wie das genau jetzt beim gemeinsamen Start mit dem Rohkostbuddy abläuft. Also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, der Happy Life Kurs, der startet nämlich jetzt nochmal gemeinsam und zwar ist es jetzt schon der dritte Start und ich habe den Kurs nämlich auch nochmal überarbeitet. Es gibt jetzt auch die ganzen Lektionen als MP3-Download zum einen und zum anderen sind auch noch die Live Q&As von den letzten gemeinsamen Starts online. Also, wenn du dich in den Kurs einträgst, auch jetzt nicht zum gemeinsamen Start, sondern einfach so ohne Rohkostbuddy und Live Q&As, dann hast du auch nochmal die Aufzeichnungen von den letzten Live Q&As von den gemeinsamen Starts. Jetzt aber nochmal genau wie das mit dem Rohkostbuddy abläuft. Und zwar ist es so gedacht, jetzt alle, die sich zum gemeinsamen Start anmelden, die bekommen jeweils einen Rohkostbuddy zugeteilt. Das wird ausgelost. Kirchenleuten. Das wird einfach ausgelost. Kommen immer zwei zusammen, beziehungsweise drei, falls es nicht aufgeht. Und dann unterstützt ihr euch während den 30 Tagen gegenseitig. Und es ist wirklich wunderschön zu sehen, was für ein Austausch da immer entsteht. Also es waren teilweise Leute dabei, die sich da irgendwie über 300 Kilometer entfernt gewohnt haben und getroffen haben und Freundschaften entstanden und so weiter. Es ist ja auch immer so, dass Leute, die sich in den Kurs eintragen, die ticken, meist ja ähnlich, sind gerade an einem selben Standpunkt, wollen was verändern in ihrem Leben. Ja, und dementsprechend ist es da wirklich schön, was da einfach für ein Austausch entsteht. Und gerade in dem Themenbereich gibt es ja noch nicht so viel Austausch. Und ja, dementsprechend läuft es ab. In den Lektionen erinnere ich euch dann immer auch dran, dass ihr euch immer wieder auch austauscht. Und am Anfang bekommt ihr dann einfach eure Kontaktdaten jeweils zugeschickt. Und jetzt zum gemeinsamen Start, aber zum Gewinnspiel jetzt, gibt es nämlich noch eins für euch. Und zwar werden nochmal 3 mal 25 Euro Gutschein verschenke ich nochmal. Also wenn ihr den haben wollt, kommentiert einfach um das Video und dann nehmt ihr in dem Gewinnspiel teil. Und dann bin ich ganz gespannt drauf, wer das sein wird. Und wenn ihr euch auch jetzt eintragt, gibt es jetzt auch noch einen 10 Euro Gutschein. Der Link zum Kurs ist einfach direkt unten drunter. Genau. Aber das wollte ich nur kurz aufklären. Genau. Und ich hoffe, damit sind eure Fragen erstmal vorerst beantwortet. Wenn ihr noch andere Fragen habt, dann schreibt einfach unter das Video zum Kurs. Genau. Und ansonsten macht es gut, Leute. Ciao.